Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich die Abschlussprüfung 2016 A2 gerechnet hätte. Es hat verschiedene Seiten bzw. Streckenlängen angegeben. Einmal die Streckenlänge AB, die ist 9 cm, dann die Streckenlänge AL mit 3 cm, die Streckenlänge DL mit 4 cm und die Streckenlänge CD 4,5 cm. Da ist es relativ sinnvoll, wenn man sich vorher mal ein paar Gedanken macht, wie man das Ganze einzeichnet, weil wir diese Größen ja auch weiter verwenden können und dadurch, dass wir die Skizze auf dem Blatt haben, können wir da einfach bunt und farbig unsere Notizen machen, sodass wir leichter sehen, wie etwas zu berechnen ist. So, um jetzt den gesuchten Winkel ADC zu berechnen, könnte ich ja jetzt zum Beispiel ein Dreieck suchen. Ich könnte das Dreieck ACD nehmen, nur da habe ich momentan noch nicht so viele Größen drin. Genauer gesagt, habe ich da eigentlich noch gar keine Winkel. Deswegen können wir uns hier auch einen anderen Trick nehmen, denn um den Winkel ADC zu berechnen, müsste ich ja eigentlich nur den Winkel ADL berechnen, also den hier oben, weil das hier sind ja 90 Grad. Also meine erste Überlegung, der Winkel ADC, der besteht aus dem Winkel ADL, also dem hier oben, plus die 90 Grad. Das notiere ich mal hier so hin, weil das brauche ich später noch zur Berechnung. So, und jetzt brauche ich diesen Winkel und da ist es relativ leicht, hier in diesem rechtwinkligen Dreieck zu suchen. Da haben wir die beiden Katheten gegeben und bei Katheten heißt es immer der Tangens. Der Tangens von diesem Winkel ist jetzt die gegenüberliegende Seite, die Gegenkathete zur Ankathete ADL. Tangens vom Winkel ADL ist 3 Viertel, 3 zu 4. Und wenn ich das nach Winkel ADL auflöse, erhalte ich 36,87 Grad. Zusammen mit meinem 90 Grad von hier oben ergibt es 126,87 Grad. Deswegen war es auch wichtig, dass ich am Anfang mir den Ansatz gleich hinüberlege, dass ich mir das alles zusammenschreibe, dass wenn ich dann das zweite Teilergebnis habe, dann schnell oben die weitere Rechnung machen kann. Bei der nächsten Aufgabe, da wird es etwas schwieriger, da hieß es, ich mache es nochmal kurz weg, da hieß es, dass man die Seite AB verlängern soll und zwar um x Zentimeter über B hinaus. Also in die Richtung geht mein x und gleichzeitig verkürzt man die Strecke DL von D um x Zentimeter. Und dann entstehen dort Trapeze, den Rest können wir uns eigentlich vorerst mal sparen. Wir sollen auf jeden Fall mal dieses Trapez AB1C1D1 für x gleich 2 einsetzen. Das heißt doch, dass hier mein x2 heißt, mein B wird um 2 verlängert, also Strecke AB wird um 2 verlängert und die Strecke DL wird um 2 verkürzt. Das heißt, sie ist nur noch 2 Zentimeter lang und dementsprechend können wir das relativ leicht zeichnen. Hier steht jetzt noch eben dabei, dass AB und CD parallel sein sollen. Dementsprechend können wir den Punkt C auch hier antragen, können wir theoretisch genau messen oder wir können eine Parallele zeichnen. Das war jetzt das Erste, wir sollten es zeichnen. Bei der 2, 3, da heißt es dann, wir sollen den x-Wert berechnen. Den habe ich euch jetzt hier schon hingeschrieben. x-Wert hieß es, wann ist das Ganze gleichschenklich? Und jetzt müssen wir uns überlegen, was bedeutet denn überhaupt gleichschenkliches Dreieck? Gleichschenkliches Dreieck bedeutet oder gleichschenkliches Trapez bedeutet, dass diese beiden Seiten AD und BC gleich lang sind. Naja, das bringt uns jetzt nicht viel, weil wir haben diese beiden Strecken ja nicht und da ist auch nichts mit einer Abhängigkeit von x. Aber wir wissen doch, dass quasi diese nach oben Strecke immer gleich ist. Also AD oder LD ist immer gleich. Das heißt, unterscheiden tun sie sich eigentlich nur in dieser Strecke hier und in dieser Strecke hier. Und wenn die beiden hier gleich sind, also AL und von dem Punkt bis zum neuen B, dann habe ich ein gleichschenkliches Trapez, weil das in der Mitte interessiert mich quasi nicht, aber hier, wenn es gleich lang ist wie hier, dann habe ich ein gleichschenkliches Trapez. So, und hier sind es immer feste 3 und hier ist es ja variabel. Jetzt müssen wir uns überlegen, die Strecke ist insgesamt 9 cm lang. Bis hierhin sind es 3, bis zu dem Punkt hier oben sind es 7,5, weil die Strecke CD ja 4,5 ist. Also bin ich bei meinem normalen B bei 1,5, was diese Strecke hier unten anbelangt. So, und wenn ich jetzt auf die gleich lange Strecke kommen will wie hier drüben, muss ich da eben noch 1,5 dazunehmen, dort wo jetzt ungefähr meine Maus ist und dort ist dann mein neues B. Das heißt, ich muss es um 1,5 verlängern und die Verlängerung war gerade mein x. Also ist x in dem Fall 1,5. Bei der nächsten Aufgabe geht es um den Flächeninhalt in Abhängigkeit von x. Nun, es sind Trapeze und deswegen muss ich mir eigentlich nur überlegen, wie schaut denn eigentlich meine Formel bei einem Trapez aus. Trapez heißt, die untere Seite meiner parallelen Seiten plus die obere Seite meiner parallelen Seiten addiert durch 2 mal die Höhe. Die Höhe habe ich, die untere Seite ist ja gerade 9 plus x, also nicht mehr 9, sondern sie wurde um x verlängert, also ist die untere Seite 9 plus x und die Höhe, das da oben verändert sich nicht, die Höhe wird zu 4 minus x und das bringe ich in meine Trapezformel. 9 plus x als untere Seite ist ja quasi die Strecke ab plus x plus die 4,5, die oben ja immer gleich bleiben, davon die Hälfte, das ist die Formel von meinem Trapez und das Ganze mal die Höhe, was ja 4 minus x bedeutet, da die Strecke, also die Höhe, dl um 2 beziehungsweise in dem Fall dann Variable um x verkürzt worden ist. So und jetzt fasse ich einfach nur zusammen. Hier oben gibt es 13,5 plus x, also wenn ich die Klammern auflöse, darf ich ja, steht ein Plus davor, steht 13,5 plus x dran, durch 2 mal 4 minus x. Dann, ich habe das mal ein bisschen sauberer gemacht, kann man ja quasi, wenn man einen Bruch mal eine Zahl oder einen Term multipliziert, kann man das auch in den Term oben, in den Zähler reinschreiben und jetzt gilt es 13,5 mal 4, 13,5 mal minus x plus x mal 4 plus x mal minus x und das ergibt genau diesen Term. Halbiere ich das Ganze noch, erhalte ich eben gerade die 27 minus 4,75x minus 0,5x². Aufpassen auf die Einheit, dass es immer noch dabei steht. Hier geht es um den Flächeninhalt, also müssen auch Quadratzentimeter rauskommen, weil ja Zentimeter gegeben waren. Und bei der letzten Aufgabe, da heißt es ja nur noch mal, begründen Sie durch Rechnung, dass es kein Trapez mit dem Flächeninhalt 28 gibt. Ja, das kann man mehrfach machen oder mehrfach ausprobieren. Erstmal muss man den Flächeninhalt gleich 28 setzen. Das ist ja nichts anderes als eine quadratische Gleichung, die ich jetzt lösen will. Das kann ich über die Mitternachtsformel machen oder über die Diskriminante. Die Diskriminante sagt mir in dem Fall aber, das funktioniert. Da kommen Ergebnisse raus. Deswegen probiere ich es jetzt noch mal aus dem anderen Weg. Wenn ich das Ganze jetzt in Solver eingebe, also im Taschenrechner oder mit der Mitternachtsformel löse, dann kommen zwei negative Ergebnisse raus. Das heißt, eigentlich habe ich ja zwei Ergebnisse, aber diese beiden Ergebnisse sind negativ. Hier ist ein Minus zu viel, sehe ich gerade. Sorry, das lasse ich drin stehen, aber ihr wisst, dass das eigentlich weg sollte. Aber bei negativen Ergebnissen darf ich hier nicht verwenden, weil mein x im Intervall von 0 bis 4 sein soll, im offenen Intervall von 0 bis 4. Das heißt, beide Ergebnisse fallen raus und damit habe ich keinen x-Wert, der für dieses Trapezienfrage kommt. Per Definition sollte das x größer sein als 0 und kleiner als 4 und beide Ergebnisse passen da nicht rein. Das war es mit dieser Aufgabe. Und das war es mit dieser Aufgabe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017